Und willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ja, und diesmal habe ich mir auch schön den Timer gestellt. Und ich brauche dringend Bandagen. Ja, und der Dave hat gleich ein Bett gezaubert. Hast du... Ja, der Dave hat zwei. Okay, meins ist das hintere Zimmer. Erstmal ein bisschen heilen. Sauber. Und währenddessen gucke ich hier mal, wie viel brauche ich da für Fabric brauche ich da für. Das ist das Green Shop. Ja, ja. Ich bearbeite die Screenshots aber nachher. Ah, okay, das reicht jetzt erstmal. Was ist denn im Ofen? Ah, im Ofen, das melde ich jetzt erstmal die ganzen Sachen. Wo ist denn da? Mal das Copper. Und mal sehen, ob ich uns dann... Mal gucken, ob ich da uns dann mal einen schönen Rüstung machen kann. Ja. Mal sehen, was macht das Copper? Ah, das Copper ist fertig. Schmeiß ich da nochmal das Eisen rein. So, dann mal gucken. Jetzt, zack. Copper. Copper Helmet. Oh, das braucht 20. Nein. So. Den hier könnte ich mir dann eigentlich schon machen. Äh, jetzt hab ich mal ein Bett weggekommen. Das Playtour, okay. Okay. So, mal sehen, was haben wir hier? Ah, ich hab was Hübsches. Komm mal mit, komm mal mit. Komm mal, komm mal runter. Ich zeige es dir. So, jetzt wird das gemacht. Jetzt komm. Hey. Hör auf. Bitte. Ja, mal gucken, ob ich in meinem Zimmer, dann ist das hier hinten mein Zimmer. Sind jetzt die Treppen, hast du die mitgenommen? Nein. Doch, ich hab die nicht im Inventar. Inventar war I. Treppen? Ich hab hier keine Treppen. Nein, doch, du musst welche haben. Nein, Junge. Ich guck hier nochmal. Ah, doch, ja. Zwei Stück. Junge, jetzt hab ich die schon wieder aufgenommen. Muss Kuh machen, du doof. Hab ich, ja. Aber ich hab die wieder aufgenommen, weil du nicht da warst. Komm mal rein. Wo sind die jetzt? Äh. Ah, oben. Was ist das? Pipes. Brauche ich nicht. Was haben wir hier? Irgendwas Dekoratives bräuchten wir. Äh, so. Alter, wollte... Ach so. Okay, mach ich mal. So, und hier machen wir dann gleich mal Szenen da rein. Junge. Kraften wir uns gleich davon ein paar mehr. Wo sind die? Ah, da sind die jetzt. So. Hier machen wir nochmal so. Wie kann man die Sachen nochmal umdrehen? Ah, so. Ne. Wie kann man die Sachen umdrehen? Musst du selber gucken. Das macht sich nach einer Zeit. Ja, äh, eher nicht. Wie hast du dir das, diese Bretter da gemacht? Durch Treppen. Wenn du Treppen nebeneinander machst, dann kommt sowas. Ah. Wie... Kann ich jetzt das Bett drehen? Nein. So, nein. So, nicht. So. Ah, jetzt. Jetzt ist es gedreht. So ist doch schön. So, dann mach ich mal so. Okay, natürlich, das ist ein bisschen weiter nach hinten. Neun. Und... Zack. Zack. So, und hier machen wir auch mal so. Und da. So, sieht doch nett aus. Ja, ja. Warton jetzt? Junge, den Ofen ins Wohnzimmer, nicht da hin. Mach Arsch, ich brauche einen... Jetzt kriege ich einen kalten Hintergrund. Willst du mich verarschen? Ah. Hab ich gefunden, aber so kriege ich dich auf die Runde. Tja, jetzt hab ich den Ofen. Hm. Lass mein Wohnzimmer auch egal machen, wo wir was draufstellen. Warte, ich mach kurz welche. Ja, ja, lass das so machen, dass wir meinetwegen, wenn wir zum Wohnzimmer wollen, ein bisschen tiefer wollen, oder hier nach links in den Berg rein, dass wir da dann hin müssen, um ins Wohnzimmer zu kommen. Nein, scheiße. Nein, doch. Das ist alles alles schwer. Wir brauchen Sand. Gibt's zwei Türen zum verliegenden Spiel? Müsste, ja. Keine Ahnung. Kann sein. Hatte ich nicht noch Gold? Doch, ich hatte doch ganz sicher Gold. Äh, wo ist denn jetzt schon wieder mal nachts ins Holz hin? Ja, ja, und wo ist mein Gold? Da ist mein Gold. Oh, ich glaub, das bin... Ich muss was essen. Oder bin ich das? Ich bin das. Nee, du bist das. Dann ist was, schnell. Ich brauche nen Campfire. Scheiße, 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 scheiße. Äh, 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 10. Sterb einfach. Nein. Warte, ich mach mal nen Campfire. Da stell ich mir jetzt... Nein, ich hab schon alles. Da stell ich mir jetzt in mein Zimmer. Nein, stell es hier unten, ist besser. Äh, ist meins. Junge. Junge. Ich würd mich beeilen, wenn ich du wäre. Oh, da sind mir die Treppen ausgegangen. Ach, ich... Dass man das hier immer so kompliziert alles drücken muss. So, nochmal zählen. So, cool. Knapp. Machen wir einmal das und... das. So, hübsch. Hey, nice. Junge, mach dir mir jetzt eiskalt nach. Ja, normal. So, jetzt hab ich so ein bisschen Alien-Fleisch. Du hast mir mit dem Bett nachgemacht, was da hoch zu tun. Ja, ja, nee, nee, hab ich nicht, ja. Oho. Genau. Warte, warte, ich hab... Ich hab was für dich. Bin ich damit. Angucken und hübsch finden. Danke. Hups, ich bin ausgerutscht. Junge. So, nur für den Fall, dass du wieder reinkommst, ne? Und dann weißt du, was dich erwartet. Junge. Ach, hier gefällt mir das auch nicht. Ich mach's hier irgendwie so. Jetzt dreh dich um. Oh, jetzt hab ich dir da hingemacht. Zack. Wir haben es schön. Ja. Wunderschön. So, da kommt dann später ein Fenster hin. Warte, und jetzt noch? Warte. Schön rausgucken. Okay, ich mach hier oben die Teile auch noch weg. So. Und das da auch nochmal eins hin. Dann haben wir hier ein schönes Fenster, wo wir rausgucken können. Yay! Au. So. So. Ah, was, ich, ich muss nochmal, äh, einmal, nehmen wir euch mal das und dann auch nochmal das. So. Tu dir mal auch ein paar Fackeln hin, dort in diesen Flur. Und dieses Flur, ähnlicher Teil. So. Schön noch mit der Kiste. Nice. Warte mal eben. Ah, wunderschön. Da will man noch gerne umschlafen. Hm, ja. So, das war jetzt die 6. Nee, das war die 7. Nee, das war jetzt die 6. Nee, okay, dann mach ich hier nur 1 hin. So, ist das jetzt die 6. Zack. Wir haben jetzt einen besseren Eingang. Hä, warum hast du die ganzen Sachen weggemacht? Stell dich. Junge. Tschö. Ich wandere jetzt aus. Ja, das war jetzt klar. So, und dann müssen wir auf jeden Fall unser Haus dann da noch in den Berg reinbauen. Und ich glaub, langsam wird es dann wieder Tag. Ja, das war jetzt auch noch in den Berg. Wirklich. Ja, ja. So, und das dahin. Ja, lass hier unten dann auch so eine Art Keller machen. Ja, da tue ich jetzt die ganzen Sachen hin. Ja, okay. Okay, ich hab ne Idee, wie wir das machen können. Und zwar, kannst du irgendwie den Keller machen und ich mach dann hier dieses zweite Zimmer sozusagen. Ja, mach ich auch mal. Ich hab da was Schönes draus. Ja, ja. Ich brauch schon mal ein paar Fackeln. Ah, ne, warte, ich kann die mir selber machen. So. So. Tausche ich das hier mal aus. So. So, mal gucken. Wie machen wir das jetzt? Also hier müssen wir ein Brunnen haben. Äh. Nice, Alter, wie ich einfach liebe. In Starbuck macht's mehr Spaß, ein Haus zu bauen, als in Minecraft. Ja, ja. Ja, ja. Vor allem, weil du dort ja auch die ganzen Zimmer dann direkt auch im Blick hast. Wo soll denn unser Wohnzimmer hinkommen? Lass unser Wohnzimmer hier nach links machen. Da kann ich so eine Art Schornsteinschacht nach oben machen. Wo wir dann den Ofen, wo wir dann diesen Schornstein oder diesen Ofen hin, den Kamin genau hin tun. Ja. Ah, und da ist der Timer. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.